Ja, Monte hat, glaube ich, 666 Euro gespendet, an den falschen Link, glaube ich. Wie falschen Link? Aber das war noch niemand. Wie falschen Link wurde jetzt? Wie falschen Link? Ich habe immer vor seiner Reaktion, als er gesehen hat, dass es gegen Emo anders war. Scheißt Tag, Diggi. Scheißt Tag. Scheißt Tag, an die falsche Organisation gespendet. Dominik, danke dir.